Hat dir dein Arzt auch schon einmal gesagt, Arthrose sei eine Alterserscheinung und man könne nichts dagegen tun? Dann verrate ich dir ein Geheimnis. Unser Körper besteht zu 0,2 Prozent aus Schwefel. Das hast du sicher noch nie gehört. Schwefel ist doch giftig. Das haben mir schon Arztkollegen so gesagt. Dieser Schwefel ist wichtig für unsere Gelenke. Du hast mehr Schwefel in deinem Körper als Eisen oder Magnesium, wenn man das Gesamtgewicht betrachtet. Ohne Schwefel gibt es keine gesunden Gelenke. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn wir Arthrose bekämpfen wollen, dann brauchen wir genügend Schwefel, damit diese Knorpel in den Gelenken gesund bleiben. Ich zeichne mal ein Kniegelenk. So, grob gesehen. Und im Gelenk drin, da draussen ist eine Kapsel. Und im Gelenk drin haben wir Gelenksflüssigkeit. Auch diese Flüssigkeit braucht viel Schwefel. Und jetzt die Oberfläche der Knochen. Hier ganz, ganz knapp eine dünne Oberfläche bei den Knochen im Gelenk drin besteht aus Knorpel. Knorpel kennst du vom Fleisch. Das ist das harte Zeug, das man nicht essen kann. Also diese Knorpel haben eine spiegelglatte Oberfläche. Und wenn diese Oberfläche so glatt ist, dann hat man ein gesundes Gelenk. Wenn wir jetzt älter werden und eben Mangel an Schwefel haben, dann nimmt dieser Knorpel ab. Also die Dicke des Knorpels wird kleiner. Und die Oberfläche im Gelenk drin wird etwas rau. Diesen Prozess nennt man Arthrose. Und es ist wichtig zu wissen, dass man diesen Prozess mit Schwefelhaltigen organischen Verbindungen stoppen kann. Es ist sogar möglich, ich habe das gesehen bei vielen Patienten, diese Knorpelschicht im Gelenk wieder aufzubauen. Es braucht dazu drei Wirkstoffe. MSM, Methylsulfonylmethan, das ist die Abkürzung. Dann braucht es Chondroitinsulfat, ebenfalls eine Schwefelhaltige Verbindung. Diese Verbindung kennt dein Arzt. In der Schweiz gibt es ein Produkt, das heißt Chondroitinsulfat. Das wird fast bei allen Arthrose-Patienten verschrieben. Aber es nützt nicht viel, weil dort nur ein Stoff drin ist. Und wir brauchen drei. Wir brauchen MSM, Chondroitinsulfat und Glucosamin. Also nur ein Produkt, das alle drei Substanzen enthält. Hat auch studienmässig gesehen. Einen guten Erfolg. Die einzelnen Substanzen, so 10-15% helfen sie. Aber in der Kombination haben wir eine grosse Wirksamkeit. Ich habe mehrere Patienten gehabt, denen ich eine Operation ersparen konnte, die bereits vorgesehen war. Wenn du mehr wissen willst, unten findest du einen Link mit weiteren Angaben. Die Studien dazu sind dort zu finden. Schau es näher an, um mehr Informationen zu bekommen. Wenn du so ein Produkt findest, mit allen drei Wirkstoffen drin, dann braucht es für eine Behandlung drei Kapseln pro Tag. Also zu jedem Essen morgens, mittagabends nimmst du so eine Kapsel. Und zwar brauchst du viel Geduld. Es dauert mindestens ein Jahr, manchmal zwei Jahre, bis diese Knorpelschichten wieder etwas aufgebaut sind. Wenn der Knorpel schon ganz zerstört ist und die Knochen auf Knochen reibt, dann gibt es nur noch eine Operation. Dann brauchst du ein künstliches Gelenk. Aber solange noch Knorpel drin ist, hat man eine Chance, ihn wieder aufzubauen. Wenn du jetzt unter Knie- oder Hüftschmerzen irgendwo in einem Gelenk leidest, dann empfehle ich dir diese Dreierkombination für längere Zeit. Und bitte hab Geduld, es wird nicht nach drei Wochen besser. Meine Erfahrung ist, dass man vier bis sechs Monate diese Kombination einnehmen muss, bis endlich die Schmerzen etwas nachlassen. Also es braucht Geduld, aber es ist immer noch besser als eine Operation.